oh was war das jetzt noch mal da die presse presser 6 7 8 eisen baumann für ein also ich habe karten nicht genug eisen dafür wie brauchst du recht stück brauche ich noch warte mal wir haben aber kein redstone oder zwei stück bräuchte ich davon noch bist du denn hier vorne am haus du brauchst jetzt wie viel was brauchst du jetzt drei eisen und zwei redstone ja ihr habt genug fahrer produziert jetzt habe ich natürlich nicht ohne mal ohne aus so viel holz ich habe schon was heute nein es fehlt ein verkackter blog obwohl ich hier noch ein ofen im mache an der stelle dann kann der weg und damit ist so zu wenig das zwei stück zu wenig so sagt sagt das haben wir wo soll ich die presse hinstellen stell die mal hier hier so hin also das ist ein blog ok ja dann macht den blog weg das ist ein blog dann macht den blog da weg hatte und so will den blauen bock haben wieder ja und jetzt jetzt mal abfahren mal gucken was rauskommt ja das war denn nicht raus wie viel gucken wie das soja milch und als nebenprodukt kommt glaube ich auch tofu noch mit raus ach nee ich glaube du brauchst noch ein zweites dass du soja milch dann reinschmeißt dass du tofu kriegst ja aber kann man nicht gucken hier die rezepte oder so irgendwie nicht also kann man sich überraschen was man in presse braucht ich weiß das aber hier sind die rezepte wo nicht alle angeschaltet deswegen habe ich gerade auch die vermutung dass du die großen wächst auch ohne dieses rezept zu haben und auch herzustellen kannst ja bestimmt weil du kannst du hast ja das rezept für die sparen leder das gebrannte leder und daraus brauchst du ja acht stück also insgesamt 16 leder und rest strings so du sagst es gar dazu wäre lecker das bringt zwei jo jo das ist schon mal neues schwer herzustellen geht geht eigentlich mit stock und zwei gemüsesorten warum stock ja gut was weiß doch brauchst du auch noch was aber zwei verschiedene gemüsesorten geht doch kürbisse zucchini gurken tomaten sweet potatoes das ist egal was du davon nimmst ja ja brauchst du nur stock und nur auf eine sorte nehmen ja ok wenn aber genug von haben warte mal was das her war dass das jetzt nach der kurie aber direkt noch mal nämlich warum leckt das denn gerade so ein bisschen einbrüche denke ich bei dir war doch so warte mal wenn ich das da rein stellen dann krieg ich doch tofu raus oder da zicken tofu wenn ich die noch mal rein schwarz kriegt vermittierten tofu raus oder wie ja ok man kann die ja ich bin der meinung man kann die auch miteinander verbinden dass sie die dann immer reinschmeißen oben und nach unten dann raus holen ok ich bin der meinung das ging sogar aber das kannst du ja dann kannst du den keller rein machen weil ich finde das ja ein bisschen blöd wenn das so hochgestapelt wird obwohl das kann man abcovern ja genau das kann man das ist das ja ja pass mal auf dann nimm die mal weil nämlich wenn du nämlich nach oben gehst und zwar ist das zwischen der band hier hier oben ja wo ist ein schock ich kann nur hier die wand abreißt dahinter ist noch die steinwand siehst du ja weil der raum sonst kacke wäre wenn du jetzt hier sagst du reißt jetzt hier ab dann bist du ja in der wand drinne ja aber wir wollen wir das oben hin machen ja warum nicht ich weiß nicht viel dafür brauchst drei stück ja drei stück ich finde das unten ein bisschen blöde wenn du davon so drei dinge wo du kannst als säule ja auch stellen oder in der ecke auch so als säule man kann die vielleicht doch als so machen als säule hin dass sie nach unten geht ja und dann unten wäre das wieder rausgepumpt und gleich einsortiert das hatte ich auch mit dem ofen vor hier wollte ich noch häufiger dran machen aber dass man sagt vielleicht diese kiste hier was man vielleicht alles hier so hopper mäßig unten verbindet in die kiste rein hier und vielleicht von der kiste aus alles weg macht mit den controller alles verbindet ja genau 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 dass man erst hopper nimmt das wär was mal gucken ich weiß gar nicht ob man auch ob man auch sogar einfach recht stück aufeinander stapeln kann ja bestimmt aber wenn dann würde das auch nicht schlecht aussehen macht man hier drei stück hin ja deswegen sagt nicht ja mach mal drei übereinander brauchst du noch mehr eisen? du brauchst mehr redstone ne? da ist einfach redstone brauche ich da ist einfach redstone da ist einfach redstone ja nimm dir hier nimm dir ein bisschen eisen raus aber pack den rest dann unten in die kiste rein ja da den ofen ja pack mir aber den rest bitte ein ding rein wie viel brauche ich denn jetzt? und 6 16 ja nimm dir 16 stück raus und wenn du jetzt 20 rausgenommen hast und pack den rest dann vier da rein ja ja ich hab 6 klick gemacht ähm ja natürlich haben wir keinen cobblestone ok geh mal kurz welchen moment du kannst anderen stone in cobblestone verwandeln ne? komm her ja das ist egal wir haben doch hier ich hab genau ich hab mehrere sechser an steinen immer mit ich hab genau ich hab mehrere sechser an steinen immer mit ich glaub ich nehm den hier so reicht schon so reicht schon ja vier stück von so ich hab schon das Familie weg ja fertig ähm ich verbruch das mal kurz ob sie dann weiterführt da haben wir Sojamilch drin und wenn ich die da rein tue mal gucken ob das funktioniert so jetzt müsste ja keiner Sojamilchen melden mir funktioniert nicht ne schade da ist auf jeden fall drin ja da muss man hopper nehmen ne mhm ja aber die hopper die kann man ja covern ja da kann man ja wo du schlafen oder was hh 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 andermann das zweite fach nicht das scheiße schon von außen an die kiste geht es war hinten am haus erstmal ein loch ich bin gerade faul zum reinlaufen glaube ich dir das ist scheiße so dann brauchen wir das ding hier machen wir so wenn du rohen tofu und die kauft den bernst du bist du fisch raus ok also rohen frisch wenn du den fermentierten tofu nimmst auch nicht schlecht tofu fisch mayo mix it sell it du hattest dieses cutting board schon gemacht ne ich glaube nicht ne ne ok ja gut sah so aus ob du schon in der hand gehabt hättest ne das war der juicer immer ok das 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 und der chisel mhm ok dann haben wir den jetzt aber den erstmal hier hin dann ich glaube man braucht nicht unbedingt zu cutter dafür aber ja dann dass man das da rein tut erstmal machen und haben dieses tofu lässt sich nur bis zu 8 mal stacken ok ja wie die suppen ne ich weiß nicht wieviel mix it sell it sich stacken lässt also du hast jetzt extra nur 8er stacks gemacht oder ne der macht generell nur 8 stacks und dann produziert er ja auch nicht weiter ok ähh eeeeh tipp und tipp viertel mal mario haben wir jetzt hehehe lol übertreibt doch nahu keine shuffle mehr da müsste auch gehen das und davon vielleicht haben wir auch gut keine schnicks hallo mario das schnicks das war ich was man kann die nehmen man kann das nehmen so wie denn jetzt hier 1 2 3 4 5 1 2 sowas das bringt aber nur zwei daraus kann man damit eigentlich ich muss noch mal einschmeißen weg weg alles klar doch gar nichts gemacht du hast noch nicht drei durch die durch die das aber so weit hier auch so das haben wir dann gleich das hier auch ernten das ist gut also allmählich wächst echt alles so richtig schön dann geht es auch richtig los ein bisschen mehr essen besonders gut ist das halt wenn wir die kisten haben das dauert immer alles ich bin hungrig das kann nicht sein okay dann gibt es jetzt eine gartensuppe und einen leckeren strawberry juice auf jeden Fall noch eine gartensuppe damit ich voll bin ja die helfen gut ne und halten länger vor allem ja kann man mit arbeiten und sich besser was wieder gegessen wo die penguen sind habe ich mich voll gemacht und jetzt erst wieder ich habe auch jetzt eben erst wieder was gegessen so haben wir gleich geerntet ja ich habe etwas anderes jaja ja ich habe mich am arsch ja ja ich habe mich am arsch ganzen hab grad bell pepper geerntet und da habe ich zwei vier fast fünf stecks rausbekommen alles klar und so extrem groß sind die verleihe ich gar nicht ja nur so nicht groß wir wollen sie vermute nach lügner du bist kräp 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 mr kräpst du hast mehr kein platz mehr ich hab kein platz mehr in dem winter mein berg ist auch schon voll da sind mir kommt was dann los hier alles stillgelegt oder was okay ich geh mal kurz los andere laufen doch eigentlich meistens laufen die nicht wenn die sequels sind einmal drüber jagen ich habe doch zu viel jetzt und unten laufen die dinger doch noch oder fast so also zwei verschnitten man muss ja mal damit auch ja wie gesagt die hopper kann man ja automatisieren so ein bisschen da wissen kann man ja die dinger automatisieren ist schon ja dunkel und nicht mit dir wir haben coffee sieht warum sagst du das nicht muss die anpflanzen ich muss die anpflanzen von meiner drogenplantage hallo coffee sieht so ein damm mit auf die planche kannst ja nachher wieder ich muss die auf meine geheimen tee pflanzfarm die müssen alle geheimen gepflanzt werden im schatten der dunkelheit wo sie niemand sieht nach mit dem rumgehen hier noch die übertreibe doch mit dem rumgehen hier habe ich gesagt ich sag immer noch schnack doch pen und cut machen erst mal pen und cut pen und cut ja ben und cut warte mal hatte gas verschlecker ach so ruhig ich weiß man die tür zu hier das war das vielleicht noch so crafting port mit der mitte das da kleine scheiße nein nein kannst dann gehen ich stehe gerade mich wundert gott irgendwas was was nicht geht kommt man exzellet so klappt jetzt so war das ok bist du hin musik auf meiner geilen plantage hatte ich kann wieder exzelle übertreibt doch einfach mal das ding bringt zweieinhalb hunderkratzen na gut kann die kot ich guck noch mal ganz kurz das noch mal kurz noch kurz weitergeben und damit wenn wir sagen ja bis zum nächsten mal bei live in der woods mit dem flash jetzt mal tschüss tschüss